Willkommen zurück zum Monospiel Styx. Mast aufspeichern. Und das machen wir jetzt auch. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay, wie schalten wir jetzt am besten den aus? Ich würde sagen, wir springen erstmal hier rüber. Und da hätten wir die alle umgehen können. Aber egal, ich töte ja so gerne. Ah, da unten liegen sie. Das ist ja auch witzig, ey. Okay. Da hinten ist auch noch einer. Wo müssen wir hin? Oh, da oben steht auch einer. What? Da müssen wir hin. Also ein bisschen hoch. Oh. Ich denke, man, der schafft den Spielen nicht. Den schafft er jetzt wirklich nicht. Da. Wo geht's denn hier hoch? Da geht's hoch. Okay, das ist gefährlich. Schaff ich das? Oh nein, schaff ich nicht. Da stand auch noch einer, habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ist nicht mein Weg nach oben. Da komme ich doch nie heil durch. Sesam, öffne dich. Wenn du einen Klon tötest, erhältst du die. Konnte man nicht mehr lesen. Ach, scheiße. Jetzt muss ich mir den ganzen Weg hier springen. Uh. Ja. Und direkt der erste geht daneben. Läuft bei mir. Hm. Muss es da auch eine Treppe geben. Na ja, da war eine Kiste direkt da vorne haben. Schmeißen wir den da rein. Warte, hier geht's runter? Geht's denn hier lang? Oder bin ich von hier gekommen? Ja, da würden ja hier die Tote liegen. Hat das einfach nur eine andere Treppe hier? Was ist denn das da? Keine Ahnung. Komische Sachen haben die hier gebaut. Okay, da vorne kommen wir auch hoch. Ich würde sagen, wir speichern erst mal. Da hat mich auch gestern jemand gefragt, oder vorgestern. Ich weiß es nicht mehr, wie ich den Stück spielen könnte. Er hätte irgendwie nach zwei Minuten wieder ausgemacht, weil es so zu schwer war. Falls ich ihn da richtig verstanden habe. Okay, da sehen die mich bestimmt. Oh. Nicht gut. Oh, wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Den habe ich ja voll da nicht erwartet. Ich dachte, der stand dahinter im Tor. Ich finde kacke, dass man nicht mehr weglaufen kann, wenn die einen einmal so fokussiert haben. Oder ich den fokussiert, oder was auch immer. Also so in dem Kampfmodus bin. Dann kann ich mich nicht mehr umdrehen und weglaufen. Das finde ich ziemlich scheiße. Weil immerhin sind wir ein Schleicher. Und Schleicher laufen nur mal weg. Das können die halt besser als kämpfen. Mit der Goldhalsvision kannst du deine Umgebung besser wahrnehmen. Interessiert mich jetzt nicht. Nein, ist jemand da oder nicht? Nein, es ist nichts. Nein, auch nichts. Hinter dir ist auch nichts. Fuck. Und ab mit dir. Wee. Da stand tatsächlich noch einer. Ist ja der Wahnsinn. Fuck. Fuck. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab nicht gespeichert. riskant. Alles klar. Kein Problem. Das ist nicht gespeichert. Das ist nicht gespeichert. Das ist nicht gespeichert. schön und tschüss so wo laufst du lang oh du laufst wieder zurück alles klar komm ich und hol dich erst auf okay hier war auch ne Kiste na egal so wo müssen wir denn lang nachher die Treppe hoch na natürlich aber wir gucken uns jetzt mal um da geht es nicht weiter was es hier hinten noch gibt da geht es weiter interessant hä 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 war ich hier schon mal what the fuck ich war hier schon bin ich hier raus gekommen ich kann mich nicht dran erinnern muss ich ganz ehrlich sagen ach okay ist das die Stelle ja das ist die Stelle warte mal ach laber kein scheiß wir sind hier runter gegangen okay krass war irgendwie gefühlt voll der Umweg oh guck mal hier blinkt's krass krass irgendwie hat mich gesehen da oben der mal gucken wie ich die Rolle mache oh du willst mich doch verarschen alter ja mega geil kommst du nochmal runter so denn nicht oh shit ja sehr gut perfekt zack hab ich dich aufräumen können wir gleich na komm mal her ja du bist ja sicher und da war auch was du treibst dich nicht hier runter da wollte er mich ausdrecksen habt ihr das gesehen ich krieg dir einfach runter ohne Drecksauer dafür fliegst du jetzt ins nirgendwo und du liegt hier nicht so aufzünder oh shit der landet jetzt drauf ne oh schön um einen Drall gegeben ach ich dachte da wäre ein Tunnel so hier ist nix da vorne ist einer da hinten ist einer was ist denn hier drin oh eine Münze ok das machen wir mal lieber mit Sand bist du allein what schön der kommt alleine der da oben macht mir ein bisschen Sorgen wo kommt der da runter oh shit oh shit oh shit ich hing fest oh shit ich hing fest wie gesagt ist er mit der laut sagen wo lang gehen wir einfach mal hier lang ok oh je je ich glaub wir sollten mal wieder speichern können wir grad nicht weil die zwei Deppen noch hinter uns her sind was ist doch gar keiner mehr jetzt jetzt kommen da wieder zwei egal die drehen sich bestimmt um bevor sie unten sind oh der geht da reingucken oh shit oh shit oh shit was was war denn das alter wie ich geflogen bin hat er mich wohl getroffen in dem Moment wie ich gesprungen bin da bin ich ja weggesegelt na gut ich würde sagen das reicht für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal �